Ein Prager Gericht hat am Montag den ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten André Babiš vom Vorwurf des Betrugs im Zusammenhang mit EU-Subventionen freigesprochen. Der Staatsanwalt hatte für den Milliardär eine dreijährige Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe von rund 40.000 Euro gefordert. Die Staatsanwaltschaft kann gegen das Urteil noch in Berufung gehen. Babiš hatte auf nicht schuldig plädiert und wiederholt erklärt, die Anschuldigungen gegen ihn seien politisch motiviert. Wenige Tage vor der ersten Runde der tschechischen Präsidentschaftswahlen, bei denen er ein Kandidat ist und ihm gute Chancen eingeräumt werden, ist das ein großer Erfolg für Babiš. In dem Prozess in Prag ging es um einen Fall, der Babiš seit Jahren verfolgt. Im Mittelpunkt steht das Wellness-Resort Storchennest, das rund zwei Millionen Euro an EU-Geldern für kleine und mittlere Unternehmen beantragte. Babiš umbeschrieb das Projekt seinen Kindern und engen Verwandten. Doch nach Ansicht der Anklage gehörte es faktisch der riesigen Babiš-Firmenholding Agrofert und hätte die Gelder nie bekommen dürfen.